Ja, das erste Mal sagt man mir Frau Zimmermann, Sie haben seit fünf Monaten einen Jungen. Wie können Sie das sagen? Also zu Hause singe ich immer, ist doch alles ganz egal. Sonst ist das erste Wort wirklich scheißegal, denn Mama ist schuld. Meine Lieben, genau, also der eine noch, als wir mit dir kommen, ich bin seit genau fünf Monaten glückliche Mama. Das ist wirklich, wirklich wunderbar. Genau, so groß ist das Herz. So groß ist das Mamaherz, glaube ich, immer, oder? Ich glaube, jede Frau sagt, ich habe den tollsten Sohn der Welt. Oder auch die tollste Tochter, aber genau das kann ich auch sagen. Ich bin wirklich ganz, ganz glücklich, ganz happy jetzt auch mit dem neuen Album. Und ich möchte euch, bevor wir jetzt gleich quatschen, Autogramme schreiben, ihr vielleicht, wenn ihr Lust habt, das Album mit nach Hause zu nehmen, möchte ich euch aus meinem neuen Album einen ganz, ganz besonderen Lieblingssong präsentieren. Man hat ja immer so seine Lieblinge und bei dieser Nummer, die sind ja viele unterwegs und auch so als Mutti ist man doch immer ein bisschen im Stress. Und bei dem nächsten Song denke ich mir immer so, oh Anna, ein schönes Glas, ein Maracuja-Schon, eine Hängematte, 40 Grad und dann Ich will dich küssen heute Nacht.